Sehr, sehr cool. Und noch mal bitte, Kunde, Applaus und Lüsterheft. So, bevor er da reinfließt, setzt er uns wieder hier hin. Genau. Kommen wir langsam zum Ende, glaube ich, oder? Ja, und was macht man am Ende? Lauf essen, oder? So war ich immer noch nicht. Ich hoffe, das hat jeder gut gegessen heute Abend. Ich würde sagen... Kam es auch pünktlich? Das war ja die zweite Frage. Das habe ich noch nicht gebraucht. Also, in der 24-Stunden-Bistro gibt es immer was zu essen. Und zwar ist immer was da. Und zwar gibt es da sogar Kalbswiener-Schnitzel. Das hatte ich 8 Mal. Ja, ich auch. Nein, aber du hast gesagt, Zeit am Ende einer Show. Was macht man da? Man sagt Danke. Und bedanken wollen wir uns beide natürlich ganz besonders bei Ihnen. Und das ist jetzt wirklich kein Spaß. Das ist purer Ernst. Weil ohne Sie hätte ich keinen Job. Und ich auch nicht. Und die Schiffe sind nämlich super gebucht, dank Ihnen. Und wir haben eine Auslastung. Es ist immer schwer zu sagen, wie hoch die Auslastung ist. Aber wir haben eine verdammt gute Auslastung auf allen drei Schiffen. Und das haben wir Ihnen zu verdanken. Deswegen von unserer Seite ein herzliches Dankeschön für die tollen, tollen Buchungen, die Sie uns bisher gebracht haben. Danke schön. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.